Hi Leute, Pforti hier. Mit dem folgenden Video möchte ich gerne einen guten Bekannten von mir grüßen. Dieser ist ein sehr talentierter Musikproduzent und in dem Video hört ihr auch Musik von ihm, beziehungsweise auch in einem Video habe ich seine Musik schon mal verwendet. Schaut euch gerne auf seinen Kanälen um, diese werden jetzt hier eingeblendet. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.